Herzlich willkommen beim heutigen Küchentheater. Ich darf mich ganz sehr freuen, dass ich wunderbare Gäste, ganz frische Gäste dabei habe, die sich heute bei Ihnen vorstellen möchten. Als erstes möchte ich Ihnen Paul vorstellen. Der Paul ist ein sehr interessanter, sehr, sehr interessanter Gast. Ja, du bist sehr interessant. Ja, also, jetzt muss ich schnell das Brüderchen holen. So, jetzt haben wir hier noch den Pille-Palle-Pille-Palle-Pumuckl-Stinkel-Stankl-Stunkl-Mausi-Bär-Pumuckl-Pummsen. Ja, das war, ich habe das nur so gesagt. Ich weiß schon, dass das nicht passt. Ja, ich weiß, gibt es jetzt Reklamationen? Ja, also, Sie wollen, dass ich eine andere Ansage mache, und weil sie so ganz, ganz wichtige Gäste sind. Ja, ist gut. Also, wir machen es dann nochmal anders. Wir müssen das nochmal schnell in der Garderobe besprechen. Geht ihr schon mal vor? Ja? Geht ihr vor? Ja. Ja, ich gehe schnell. Wir besprechen es später. Ja.